Musik Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihres Luxusfußbades FB50 vom Beurer. Beachten Sie Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Befüllen Sie das Gerät maximal bis zur Füllmengenmarkierung mit warmen Wasser. Schließen Sie das Gerät an. So verwenden Sie das Fußbad richtig. Nehmen Sie eine bequeme Sitzhaltung ein und platzieren Sie die Füße mit leichtem Druck auf das Fußbett. Schalten Sie das Gerät ein. Für eine Vibrationsmassage drücken Sie die Massagetaste. Bringen Sie Ihre Fußsohlen in Kontakt mit den Massagenoppen und erhöhen oder verringern Sie den Druck. Für eine Sprudelmassage drücken Sie die Bubble-Taste. Durch Drücken der Timer-Taste kann die voreingestellte Zeitspanne erhöht werden. Die maximale Laufzeit beträgt 60 Minuten. Im Display wird die aktuelle Wassertemperatur angezeigt. Um diese zu verändern, drücken Sie die Temperatur-Taste so lange, bis die gewünschte Temperierung eingestellt ist. Durch sechs Magnete und acht Infrarotlichter, die in der Fußwanne integriert sind, wird die Durchblutung gefördert und die Reflexzonen stimuliert. Für einen guten Massageeffekt bewegen Sie Füße auf den Massagerollen vor und zurück. Die Massagerollen können ausgetauscht werden. Der Bürstenaufsatz kann dazu genutzt werden, um die Reflexzonen in der Fußsohle zu stimulieren. Der Massageaufsatz sorgt für eine angenehme Massage der Füße und fördert die Durchblutung. Der Hornhautentferner dient der Entfernung abgestorbener Hautzellen und der Hornhaut. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der On-Off-Taste aus. Entleeren Sie das Wasser über die schmale Seite des Fußbades. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Luxusfußbad FB50 von Beurer. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neben Приgriffe mit der 51 Beleidung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020